So hat 3M in den letzten 100 Jahren dein Leben verändert. Und es ist Wahnsinn. 1902. Gründung der Minnesota Mining and Manufacturing Company in Two Harbor. 1939. 3M entwickelt eine erste reflektierende Folie mit den Straßenschilder besser läuft. Heute reduziert sie Unfälle bei Nacht sogar um bis zu 46%. 1960. 3M stellt den weltweit ersten Overhead-Projektor vor. 1979. 3M führt Thinsolate ein. Ein Material zur Wärmedämmung passt so zu 99% in deinen Handschuhen oder deiner Winterjacke. 1987. 3M trägt zur Entwicklung der Hitzeschutzkacheln des Wayshuttles bei. 1989. Der innovative Auto-Hailer lässt sich erstmals durch das Einatmen auslösen und hilft weltweit Millionen Asthma-Krank. 2008. 3M stellt den ersten Mikro-Beamer für Handys und Laptops vor. 2018. 3M entwickelt eine spezielle Fahrbahnmarkierung, die das autonome Fahren verbessert. Und heute? Egal in welchem Bereich. 3M pusht weiter und sorgt mit über 50.000 Produkten und 25.000 Patenten für maximalen Fortschritt bei maximaler Nachhaltigkeit. Damit gehört 3M zu den innovativsten Unternehmen der Welt.